Es gibt auch Vormittage, wo ich nach zwei Stunden irgendwie denke, ich könnte jetzt nach Hause gehen, weil da so viel Geweine war und ich denke, also ich bin da auch kein Übermensch, das geht irgendwie nicht. Möchtest du auch kommen? Bist heute auch anhänglich, ne? Oh, du bist schon müde, komm mal her.